so doppelrotor die zweite wir versuchen sollte noch mal das ja schon mal probiert aber wollte irgendwie nicht wieder letzter jemanden ein oder wir versuchen so mit drei leuten ich war baby war glaube ich damals nicht dabei die das weiß ich sagte bescheid wenn ihr so weit seid von meiner seite aus ja ich kriege gerade eine antwort meiner schwester ok also ich habe es mal kehrter pärchen verbrochen dass er sich ausruhen kann weil sonst was willst du mit dem auto deckungen holen gerade kurz wir machen das anders ich schon wieder ein heli weil wir wieso kriegen zwischendurch ich weiß dass wir fast da sind aber ihr konnt wie gesagt haben wir mal an bock haben schon mal anfangen der heli steht vor allen dingen genau in dem feindes gebiet das ist doch mal das ist mal eine ansage von spornpunkte können wirks da ja weil ich habe den hier nämlich stehenden heli alle dabei war so dass nämlich meine ich wollte ich musste starten danke wehr box da dass sie mir gerade verblüht den heli die mission versorgt das ist das problem an der scheiße weißt du das spiel versorgt mir gerade mein das ist geil weißt du sorry da ist ja gerade der controller geflogen aber weil genau den moment wo ich hole mir mein heli und habe die ganzen feine an der backe kleben und verliert dadurch ein team leben das ist genau in dem feindes gebiet weißt du kannst nichts machen so ich hoffe ich versuche es nochmal nein aber doch kann ich in die helis einsteigen nein ich kann nicht auch leck mich doch am arsch box da du rufst eine heli hier sporn im feindes gebiet wird zerstört und kannst nicht mal in die helis von denen einsteigen ach geil hat sich ja gelohnt ich kann mich doch auf jedenfalls hat es ein paar leute geholt weiter so einem nur einer du musst halt da hoch jetzt erstmal die falle die dings holen hecke den laptop und dabei kommen glaube ich jedes sehr gut ja wie gesagt du hast ja genug fein um nicht rum das kriegt mich gar nicht so jetzt muss der buzzer stehlen ich muss im heli haben wir sind noch zu zweit wieso also baby ist gestorben ja ja halte ich da mal bitte ich muss gerade in den heli also das spiel gibt mir dass da bei der mission gibt es mir gerade auch gesagt weißt du hast den heli mal ein bisschen sicherer zu sparen versaut mir gerade das ding komplett danke box da und dann ja egal schön was auch noch einer und da muss noch einer oder noch zwei sogar kommen ja das gute ist die könnte ich die scheiben nicht schießen die gletschen gerade durch die tür aber die türen die tür steht offen dass sie können sie alle hängen alle der tür halt da kommt noch weniger jetzt liegt ein berg aus leichen und die wollen dazwischen ja da kommt noch einer so was muss ich mir dazu da gibt es zu mehrweise außenposten das alleine hat haben ob ich vielleicht noch was habe um mich ein bisschen snacken also die mission hat mir das spiel gemacht mein dem als meine spiegel konzentriert da kaut ja so schön noch ich bekomme es überhaupt noch aus dem leichenberg aus so jetzt so na gut scheiße warum ist jetzt mal nimm mir den heli jetzt mal den heli nicht einfach sparen wo der will wo der sicher steht nein mitten im feindes gebiet ja eben deshalb meiner steht da vorne in dem hauft drin der ausgebreite der linke davon das war mein heli nimm den heli doch mit wo kannst du im baster ziel stehlen das wäre echt einfacher das wäre doch was was w Ich gehe dann nach der Mission erstmal in freien Modus, um mal ein bisschen mein Inventar aufzufüllen. Mach das. Ach, das ist der Außenposten da oben, ja, wo wir mal den Link stellen mussten. Wo wir den Truck geholt haben, ja. Ja, genau. Bei der Mission Sprung in der Schüssel. Ich hoffe, dass du jetzt auch ein Problem alles wegschießen kannst. Oder ist er? Ja, ja, doch. Ich muss doch zerstören. Ich muss erstmal jetzt wieder in Position bringen, dass der die anvisiert. Ja, ja, klar. Alles gut. Wo sind die denn? Kann ich dir leider nicht sagen. Ich bin auch immer neben dir mit der Kamera. Also von daher. Einer muss irgendwo rechts unter dir stehen und den Containern wahrscheinlich. Ja, ja. Da wurde der Tank, der Tank zur Not. Alles gut. Ich muss jetzt nur halt, dass der automatische Dings den... Da muss aber noch ein Minimum einherstehen. Ja, der rennt, aber das ist... Da unten steht der, siehst du... Ja, ich seh ihn. Jawohl. Nächster Außenposten. Ich weiß nicht, wie viel es sind. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Hier unten die Motorkursstrecke. Naja, genau. Ja, das ist die Baustelle da unten, ja. Ja, aber das soll auch wirklich eine Motorkursstrecke sein. Also die wird halt auch gebaut. Ja, das ist die Baustelle da unten. Da unten müsste der sein, ne? Kann sein, ja. Und ein Platz irgendwo. Da war hier eine von den Fonds entscheidend. Oh, ja. Achtung, hier die von rechts. Dann mach ich die erst mal weg. Da sind zwei hier, die ist ja. Wie Gott. Einen hab ich schon mal. Ja, sehr gut. Alter. Ja, der ist hetzend. Der hat ne Kick ist ja jedenfalls. Sehr gut, jetzt ist er weg. Da kann ich mich nämlich jetzt um den Rest. Ja, ganz so schön drauf konzentrieren. Äh, konzentrieren. Ja, jetzt geht's. Tschüss. Das war's. Das war's. Da schlafen die Beine schon wieder ein, ey. Die Missionen an sich sind aber eigentlich recht cool. Ja, klar. Ist sie eigentlich auch, aber wie gesagt, man müsste es anders. Wenn das Spiel nicht die Spawn-Punkte so toll setzen würde. Ja, sag ich ja. Ja, wie gesagt, bei mir sagt er halt, du willst ein Heli, warte, ich setze ihn genau ins Feindesgebiet. Dass du quasi instant stirbst, wenn du dir ein Heli holen willst. Und das zweite habe ich ja gestorben, weil ich das zum zweiten Mal versucht habe. Und deswegen musste gerade auch der Controller wieder ein bisschen da glauben. Mich sowas einfach nervt. So, na gut. Du bist... Genau, dann gehen wir mal kurz Geld anzahlen. Und dann haben wir noch 90.000 für zwei Missionen, weißt du. Ja. Nicht schlecht. Kann man mal so machen. Ja. Was habe ich denn hier bekommen? Ach so. Wo haben wir... Ah, hier ist einer, glaube ich, oder? Das ist doch so ein... Genau, ein Laden. Da wollte ich hin. Was brauchst du denn nun Ammonation oder Laden? Nee, einen normalen Laden. Ich wollte mal ein bisschen hier für... hier neben auffüllen, mal ein bisschen was einkaufen. Fährt sich eigentlich ganz gut hier, der Quad. Das ist übrigens das Quad von der Insel, ne? Keine Ahnung. Ich habe die Inselmission tatsächlich schon so ein bisschen verdrängt. Ja, ich auch. Ja. Könnt ihr euch ja auch holen, das Quad? Nö. Nö? Nö. Nimmst kein kostenloses Fahrzeug mehr? Okay. Was ist das? Frau ab, Fabian. Ja. Oh Schade. Drei Sterne, weil man irgendeinen Kackladen in der Pampa ausbraucht. Die finden das halt nicht witzig. Du kriegst aber so ein Tischer, glaube ich, wenn du alle 26 Läden ausräumst. Ich hab alle gemacht. Du bist einfach mit am Ende der Welt. Ich hab alle mit dem Kackladen in der Mitte der Welt. Vielen Dank.